Moin Leute, ein 500 Millionen schweres Förderprogramm für ein Paket aus PV-Anlage, Wallbox, Batteriespeicher namens KfW442 mit einer unfassbar miesen IT dahinter, Ungerechtigkeiten durch die Vergabestruktur und jede Menge Rotz, der da dran hängt. Ihr merkt schon, es wird heute ein bisschen lustiger, also los geht's. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, geführt von Volker Wirsing und anderen Kohlköpfen, haben diese 500 Millionen schwere Förderung rausgebracht. Das Prinzip dahinter war, first come, first served. Wer also seinen Antrag zuerst einreicht, der hat gewonnen. Das gilt als ein ganz besonders bewährtes, gerechtes und super intelligentes Verfahren. Ja, wie gesagt, ob das jetzt alles gerecht verteilt wurde und so weiter, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber checken wir erstmal, wie das ganze IT-mäßig abgelaufen ist, denn das war echt krass peinlich. Also nicht nur, dass die Server sofort überlastet war, nein, es gab auch noch einen mega peinlichen JavaScript-Fail der Förderungsseite, die nicht nur die Server, sondern vermutlich auch noch die KfW-Mitarbeiter maximal überlastete. Passt auf, ich zeige euch, wie das funktioniert hat. Nachdem ihr auf der KfW-Seite eure Daten eingegeben habt und so weiter, haben sehr viele Leute dann das folgende gesehen. Und das ist echt interessant. Die Frage, warum? Naja, das Ganze ist halt eine Fehlermeldung, die innerhalb des Programmcodes der Webseite passiert, also innerhalb des JavaScripts. Also es ist wirklich geschlossen in der Webseite und hat jetzt nichts direkt mit dem Server zu tun. Zumindest nicht total direkt. Und für einen Informatiker wie mich zum Beispiel, es ist jetzt extrem einfach, den Quellcode der Webseite zu öffnen und zum Beispiel einfach mal nach dem Schlagwort Timeout zu suchen. Und siehe da tatsächlich ein Timeout von 10.000 Millisekunden, also 10 Sekunden. Und vermutlich ist es so, dass einfach, wenn diese 10 Sekunden abgelaufen sind, kommt diese Message, die ihr eben gesehen habt, mit dem schönen Hoppla. Sehr gut, denke ich mir direkt. Ja, voll gut gemacht. Noch besser geht es eigentlich gar nicht. Aber was hat das jetzt für Konsequenzen? Das ist die spannende Frage und die sind echt ziemlich schräg. Bevor wir da hinkommen, in den nächsten Wochen werden wir eine wissenschaftlich sehr, sehr fragwürdige Maischberger Sendung auseinander nehmen und ich werde mein gesamtes Heiz- und PV-System vorstellen und euch zeigen, was es gebracht und gekostet hat. Also abonniert den Kanal, um am Ball zu bleiben. Okay, zurück zu den Konsequenzen. Es gab nämlich mehrere. Fangen wir mit der ersten an. Wenn du Informatiker bist, zum Beispiel so wie ich, kannst du diesen Wert im Browser nämlich einfach ändern. Dann schreibst du da nicht 10 Sekunden hin, sondern irgendwas Größeres. Das heißt, diese Fehlermeldung wird einfach nicht mehr kommen. Das bedeutet jetzt, dass nach Drücken auf Weiter einfach mehr Zeit da ist und du hast dadurch vermutlich bessere Chancen auf Einreichung. Der zweite Punkt, und der ist mega interessant, ja. Nach dem Drücken auf Weiter wird der Antrag, wie gesagt, an den Server gesendet. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird auch dieser Timeout von den 10 Sekunden nicht dazu führen, dass der Antrag wirklich abbricht. Kann halt sein, dass er trotzdem beim Server eingeht und dann auch gespeichert wird. Also, dass er dann praktisch im System ist und du kriegst trotzdem diese Fehlermeldung. Also, obwohl dieses wunderschöne Hoppla da kommt. Der Benutzer vor dem Bildschirm wird es natürlich einfach nochmal versuchen. Und zwar so lange, bis es klappt. Und schwupps, wurde der Antrag dann ein paar Male eingereicht. Also, ich gehe hier sehr stark davon aus, dass das nochmal zusätzliche Arbeit für die KfW-Mitarbeiter erzeugt hat. Also, doppelte Anträge löschen und so weiter. Ich meine, das ist klar machbar, weil man hat einen Namen oder sowas. Aber es kann halt trotzdem dazu führen, dass die da deutlich mehr Arbeit haben, als eigentlich sein müsste. Einfach nur durch miese IT. Ja, hier muss man jetzt schon sagen, er und seine Gang sind halt auch einfach echte Füchse, oder? Also, und bitte nicht vergessen, es geht hier immer um das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Was hätte man machen können, um das ganze Problem zu lösen? Es wäre eigentlich ziemlich simpel gewesen. Man hätte einfach ein paar Wochen für die Registrierung freigeben können und hätte dann gewürfelt, wer den Zuschuss bekommt. Hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass die Server weniger überlastet gewesen wären. Und hätte auch noch positive Effekte, insbesondere auf die Gerechtigkeit bei der Vergabe. Und genau darum soll es jetzt gehen. War das alles gerecht verteilt? Fassen wir mal kurz zusammen, was die mies geplante Vergabe für Konsequenzen hatte. Denn so wie es gelaufen ist, wurden ein paar Bevölkerungsgruppen einfach stark bevorzugt. Vermutlich unbeabsichtigt, aber es ist halt dennoch passiert. Ja, die erste Gruppe sind tatsächlich Informatiker. Warum? Na, weil sie diese JavaScript-Barriere von den 10 Sekunden, die ich euch eben gezeigt habe, einfach umgehen können. Ja, man kann im laufenden Browser diese 10 Sekunden einfach hochsetzen und hat dadurch möglicherweise bessere Chancen. Wobei das, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher ist, da die Anträge ja scheinbar teilweise trotzdem durchgegangen sind. Aber ich glaube, dass es nur anteilig ist. Das heißt, zumindest ein gewisser Teil dieser Anträge wurde auch durch die Fehlermeldung unterbrochen. Also ich gehe schon stark davon aus, dass die Leute, die das umgehen konnten, auch einen Vorteil hatten. Ja, ansonsten, die zweite Gruppe, und das finde ich halt eigentlich auch krass, das sind Menschen, die zur richtigen Zeit am Bildschirm sitzen können überhaupt. Ja, beziehungsweise während ihrer Arbeit immer mal wieder nachsehen können. Das muss man sich ja erstmal leisten können. Bin ich jetzt irgendwie ein Bäcker oder irgendwie ein Verkäufer oder sowas, dann kann ich es halt eben nicht, weil ich nicht am Rechner sitze. Das fand ich halt besonders fies, weil Menschen, die einfach keinen Zugang zu einem Rechner an dieser Stelle haben, hier echte Nachteile haben. Und das fand ich krass. Es gab auch grundlegende Kritik an der Förderung. Warum? Der erste Punkt ist quasi, es handelt sich ja um die Umverteilung von Steuergeldern. Also einfach nur als Background, ja. Also ihr zahlt ja die Knete an den Staat und der verteilt es dann so, dass es wie hier zum Beispiel dazu genutzt wird, um die Leute dazu zu bewegen, die Energiewende voranzubringen. Es ist also schon sehr wichtig zu entscheiden und zu lenken, wer diese bekommt. Meine persönliche Meinung, Menschen, die sich vielleicht nicht ohne weiteres ein E-Auto, eine PV-Anlage und einen Akku leisten könnten, sollten hier in irgendeiner Form bevorzugt werden. Aber gut, darüber kann man streiten. Es gab auch viel Kritik in die Richtung soziale Ungerechtigkeit. Und zwar ging es darum, dass da gesagt wurde, also in vielen Zeitschriften kam das, dass das Geld hauptsächlich Leute bekommen haben, die sich sowieso eine PV-Anlage geleistet hätten und dies auch einfach können. Ich finde diese Kritik zwar nachvollziehbar und auch interessant, allerdings fehlen mir hier tatsächlich die Beweise. Also ich habe da keinen gefunden, denn ich habe euch um Erfahrungsberichte gebeten und die, die ich gelesen habe, da sah es mir eigentlich nicht so aus, dass das so ein Riesenproblem war. Also für einige Leute war es scheinbar durchaus ein Anreiz, hier etwas zu tun, also auch sich dann ein E-Auto oder so zu kaufen und die Förderung war durchaus da ein ausschlaggebender Punkt. Also das fand ich jetzt schon interessant. Wobei das natürlich alles wahnsinnig stark vom Einzelfall abhängt und als Wissenschaftler fehlen mir hier einfach belastbare Daten, um diese These der sozialen Ungerechtigkeit einfach zu beweisen. Also die habe ich jetzt nicht gesehen. Wie gesagt, klar, es scheint naheliegend, aber man sollte auch irgendwie sowas beweisen können, finde ich. Es einfach rauszuhauen, finde ich jetzt eigentlich keinen guten Stil. Wichtiger ist vermutlich, dass der ohnehin überhitzte PV-Markt ja jetzt schon kaum noch nachkommt. Wir haben wenig Fachkräfte, Lieferschwierigkeiten und so weiter. Ja, man muss sich hier klar machen, es kocht halt so richtig. Und dann kippe ich am Ende nochmal diese Förderung drauf, um das Ganze halt noch schlimmer zu machen. Und es ist sogar noch gestörter, denn vor Start der Förderung haben ja Leute gewartet und dann alle auf einmal losgelegt. Also eine Berg- und Talfahrt für die Solarbranche. Und da gab es eine ganze Menge Leute aus der Solarbranche, die sich hier auch echt beschwert haben und gesagt haben, wie kommt man auf sowas? Also Herr Würsing, was genau hast du dir dabei gedacht? Ja, so ungefähr das folgende. Ich fasse es für euch mal zusammen. Es ist alles mega geil gelaufen. Tut mir leid, dass wir nicht noch mehr Geld super gerecht verteilt haben. Und nächstes Jahr machen wir denselben Unsinn nochmal. Ja, oh Mann, Würsing. Das klingt echt nach Kohl. Ja, nicht der hier. Ich möchte euch auch mal ein paar Kommentare aus der Community einfach geben, die ich halt irgendwie ganz cool fand. Also mein persönlicher Favorite, den fand ich halt schon echt geil. Am Ende kannte ich das komplette JavaScript der Seite auswendig und konnte es im Browser debuggen, nur um den Schrott-Timer zu umgehen. Also das ist halt das, was ich eben beschrieben habe mit diesen 10 Sekunden. Aber das fand ich schon echt geil. Aber ja, ich glaube, so ungefähr war das halt auch. Der nächste Kommentar, den fand ich auch total interessant, weil er so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und er sagte halt, ich verstehe den Punkt sehr gut. Einerseits wird eine bestimmte Schicht bedient, die eigentlich bereits einen gehobenen Lebensstandard hat. Auf der anderen Seite finde ich Anreize zur Energiewende auch gerade für diejenigen sinnvoll, die einen nicht unerheblichen Teil des motorisierten Individualverkehrs ausmachen. Der Erfolg, und ich würde eher von einem ersten Erfolg als von einem Desaster sprechen, das würde man bei jedem Unternehmer, dessen Produkt nach einem Tag ausverkauft ist, zeigt eindeutig in die richtige Richtung der Energiewende. Ja, der nächste Kommentar ist jetzt eher ein Erfahrungsbericht, den fand ich aber auch interessant. Ich habe auch von 8 Uhr bis 0.15 Uhr probiert und bin dann nochmal um 2 Uhr aufgestanden, um zu lesen, dass der Topf nun leer ist. Da war natürlich mega enttäuscht und genervt, aber es hilft ja nichts. Tags darauf kam dann die Mail mit der Zusage. Also Glück gehabt. Zum Punkt gehobene Mittelschicht. Ich verdiene momentan allein, da meine Frau mit dem zweiten Kind zu Hause ist und wir das Glück haben, ihr Elternhaus überschrieben bekommen zu haben, jedoch einmal alles sanieren dürfen bzw. müssen. Also beide Wohnungen. Dach, Heizung, Fenster, etc. Da alles Stand 1985 ist. Kredit bekommt man wegen bestehendem Wohnrecht fast kein und der Rest ist irrsinnig teuer. Also wir sind wirklich froh und dankbar über die 9.600 Euro. Ich lasse die Statements jetzt einfach so unkommentiert stehen. Das waren einfach welche, die ich interessant fand, die mir nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive auf die Dinge gezeigt haben und deswegen habe ich die hier genannt. Ja, Fazit, was kann man jetzt dazu sagen? Also IT-mäßig war das in meinen Augen wirklich eine Vollkatastrophe. Ja, wirklich, also absolut krass. Ich denke, das kann man nicht anders sagen. Durch die schlechte IT wurden einige Leute stark bevorzugt. Zum einen Informatiker, die halt den Timeout umgehen konnten oder zumindest verbessern konnten. Andererseits aber auch Leute, die überhaupt die Möglichkeit hatten, während dieses Zeitraums den Bildschirm zu nutzen. Was die soziale Gerechtigkeit angeht, also die Vorwürfe, dass nur die höhere Mittelschicht Geld abbekommen hat, die klingen für mich zwar plausibel, aber eure Kommentare und auch eure Zuschriften haben mir eigentlich ein anderes Bild gezeigt. Also echte Belege für diese These konnte ich nicht finden. Deswegen würde ich als Wissenschaftler diese These als, hier sollten noch weitere Untersuchungen angestellt werden, beschreiben. Hier wären einfach konkrete Zahlen spannend. Ansonsten finde ich das alles sehr spekulativ. Ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass es nächstes Jahr besser gemacht wird. Ein Punkt, der wirklich sehr wichtig wäre, wäre halt einfach mal einen Anmeldezeitraum und dann eine zufällige Auswahl. Das wäre erheblich gerechter als First Come, First Serve. Und es würde auch das ganze Serverproblem total, also wahrscheinlich deutlich entschärfen. Ich denke, das wäre eine wirklich schlaue Idee und dann wäre die ganze Kiste auch ein bisschen entspannter. Ansonsten schaut mal bei meinen Kollegen vorbei. Gewaltig nachhaltig und auch Weißnichts Welt haben ja ebenfalls interessante Beiträge gemacht. Also zieht es euch gerne mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Und bis dahin macht es gut. Auf Wiedersehen. Und bis dahin macht es gut.